Redaktion, Experts und unsere Insider haben Bock auf eine schwarz-gelb geile Wand, heiße Transfers und einem Kingmaker-Trainer. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und ich frage dich heute ganz offen, was bedeutet für dich Dortmund? Was bedeutet für dich Dortmund? Schwarz-gelbe Träume voller Leben? Oder einfach nur ein Spiel? So Leute, vorletzter Team-Check. Ich will, dass ihr hier nochmal richtig Alarm macht. Macht mal hier, haut mal ein Like raus, ein Abo. Ich will hier, dass ihr mal richtig auf die Kacke haut. Und einmal lieben Gruß noch an unsere BVB-Insider-Box. Und das sind Ricky und Pöti, die mal hier ganz lieb gegrüßt. Und damit gehen wir rein in den Rückblick. Heya BVB. Teil 1, Rückblick. So, und wir mischen den Laden einmal auf im Rückblick. Und was war hier los? Ich sehe da erstmal eine Champions-League-Teilnahme als Platz 5. Das geht nur in Deutschland. Und ein Champions-League-Finale. Ja, man könnte meinen, Dortmund hat eine super Saison gespielt. Was gut war, möchte ich auch einmal hier feststellen. Man hatte diese Big-Game-Mentality. Also, dass man halt die großen, die dicken Spiele hat man gezogen. Ich sehe da einen Champions-League-Sieg gegen Paris. Ich sehe einen Sieg in München. Und sogar gegen Leiter Kusen war man bis zum Ende in der 97. Minute dann noch irgendwie in Führung. Bis dann Stanisic aus dem 8. Stock grüßte. Was lief denn nicht gut? Und das sind die Schwankungen. Also, du kannst nicht dann in Mainz irgendwie 3-0 auf die Mütze fliegen. Und daher vieles neu in Dortmund. Gerade der Trainerstuhl wurde frisch geputzt für den neuen König. Und auch die Führungsetage wurde umstrukturiert. Eine erste Handschrift sehen wir schon in der Kaderanalyse. Dazu mehr in Teil 2. Und wir schauen uns hier erstmal an die Stats im Teil 1 der Rückblick. Und die siehe ich euch mal. Und wir gehen mal hier rein. Wir starten mit den so wenigen Team-Toren. Da muss ich Svenno hier notieren. Der war Svenno sauer. Svenno ist da sauer, dass die Dortmunder da nichts auf die Kette bekommen haben. Letzten 5 Jahre zähle ich euch nochmal hier die Team-Tore auf. 83, 85, 75, 84 und 81. Also ein Achi war eigentlich immer drin in den letzten Jahren. Und jetzt kommst du dieses Jahr einfallslos mit einer 68 um die Ecke. Weit weg von der Top 4. Und da muss ich ein Stat auch noch anbringen. Mit 52 Schnittstellenpässen war man lediglich die Platz 7. Und wenn du ein Top-Team sein willst, musst du hier viel besser sein. Ergo, BVB war kein Top-Team. Stat 2, Thema Aufbauspiel. Und warum das so wichtig ist. Das BVB letzte Saison mit 17 Gegentoren nach Ballverlust. Das waren die viertmeisten Gegentore, die man da bekommen hat. Da haben wir die fehlende Balance zwischen der Absicherung. Und das hat Nuri Scharin auch schon auf dem Zettel. Hier habe ich noch einen Bonus-Stat. Und zwar, dass man nach dem Angriffspressing, also man wurde früh gepresst. Und da hat man auch die meisten zugelassenen Abschlüsse. Verzeihende mit 29. Das sind so Stats, die gehen gar nicht. Stat 3 und Stat 4 gebe ich euch nochmal. Und die sind so ein bisschen charakteristisch für die Spielweise. Spielidee habe ich euch mal rausgefischt. Das Dortmunder Spiel zeichnete sich vergangene Saison vor allen Dingen durch den Ballbesitz aus. Das ist ein positiver Stat hier. 57 Prozent. Da knabberte man auch schon an den Top-Werten der Liga. Das sind ja wirklich nur 1-2 Prozent, die den BVB hier quasi von der Spitze trennen. Gutes Flachpassspiel haben wir notiert, um die drei Topscorer Füllkrug, Mahlen und Brandt da zu bedienen. Das war letzte Saison der Fall. Platz 3 dann auch in den Dribblings, ins letzte Drittel. Das war auch sehr gut. Progressive Dribblings nach vorne und Platz 5 bei den Raum gewinnenden Pässen. Das notieren wir hier mal ganz gut im Ballbesitzfußball. Also Dribbling mit Ziel und zwar die gegnerischen Räume zu öffnen. Jetzt aber hier mein Full-Circle-Moment. Und das ist der hier. Was bringen dir erfolgreiche Dribblings, wenn du danach quasi die Kirsche nicht in die Box bekommst? Na, genau. Nichts. Es bringt dir nichts. Und wir haben das Flankenspiel. Bist du verrückt? 3,74 erfolgreiche Flanken ohne Standards pro Spiel. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Und da müssen wir Nuri mal hier flüstern. Nuri, Flankenspiel. Das solltest du auf jeden Fall da auf die Kette bekommen. Das weiß Nuri natürlich auch schon längst. Grüßt mich auch zurück hier. Und ja, der Stead hat quasi Dortmund auf quasi Platz 5 geflankt. Und deswegen die Einbindung der AVs. Die muss besser werden. Vielleicht auch ein neues Spielsystem mit frischen Kräften, die eine neue Frische auf die Wiese bringen. Und wer das ist, Stichwort für Teil 2, Kaderanalyse. Teil 2, Kaderanalyse. Wir sind in der Kaderanalyse. So, und das sind für mich ligaweit die besten Transfers, die hier getätigt wurden. Da bekommt Dortmund von mir hier die Transferkrone aufgesetzt. Das ist wahnsinnig gut. Wir haben uns hier mal die drei Top-Transfers rausgefischt. Eigentlich sind es fünf, deswegen kaufe ich mir nachher noch zwei Slides dazu. Wichtig hier noch, dass die Dortmunder darauf geachtet haben, dass hier die BVB-DNA im Vordergrund steht. Beispielsweise hat man sich im Verein gegen eine Gruderverpflichtung ausgesprochen, da er nämlich hinterlegt hat, dass Bayern für ihn sein Traumverein ist. Und da will Dortmund keine Zwischenstation sein. Deswegen, das finde ich schon mal richtig geil. So, vielleicht nach Michael Olles für mich der Transfer des Sommers. Serhu Gerasi, Stuttgarts Top-Stürmer der vergangenen Saison. 28 Spiele, 28 Tore, absoluter Wunschspieler des BVBs. Und 18 Millionen verhältnismäßig wirklich günstig bekommen. Und die 28 hatten wir eben schon. Er bringt auch die 28 mit auf seine Jahre. So alt ist er, ein bisschen jünger nochmal als Füllkrug. Das ist richtig cool. Und er ist in seiner absoluten Prime angekommen. Tore und Großchancen ist ja in unserem Tool die 2. Torschussvorlagen, sogar die 4, hat auch immer den Blick oben für den Nebenmann. Also absoluter Spektakelspieler für mich. Gerade wenn man sich die letzte Saison nochmal anguckt, der hat auch was, der für Buden gemacht hat. Also wirklich unfassbarer Spieler. Und er geht für den BVB ab jetzt auf Torjagd. Einzig hier müssen wir noch ein bisschen Geduld mitbringen. Die Verletzung ist noch nicht komplett ausgeheilt. Wir erwarten ihn Spieltag 3 auf jeden Fall in best shape. Waldemar Anton, das ist der nächste Zaubertransfer. Direkter Ersatz hier für den Abgang von Mats Hummels. Der hatte seinen Durchbruch beim VfB. Er war Mr. Spielaufbau. Die zweitmeisten Anteile da in der Bundesliga. Ein Element, was wir im Rückblick auch gerade hatten, den schlechten Spielaufbau. Also schon mal hier, das ist ein absoluter King-Move. Also mit Auge auch gemacht von den Dortmunder. Bringt Stabilität rein und Sicherheit ins Aufbauspiel. Und ist auch so ein richtiger Hubschrauber. Also die Luftkämpfe notieren wir hier letzte Saison mit knapp 66% verfügt er über eine geile Zweikampfhärte. Pascal Groß, der vielleicht am meisten unterschätzte Transfers im Dortmunder Transfersommer. Spielübersicht. Er ist praktisch auf dem ganzen Feld unterwegs als Box-to-Box-Player. Er ist stark im Defensivverhalten. Gerade löst er da auch die 1-gegen-1-Duelle ideal immer super auf. Und findet auch im Offensivspiel die Schnittstellen. Die Schnittstellen-Pässe, die haben wir auch genannt im Rückblick. Also auch hier ein wirklicher Plan vom BVB, den hier reinzueisen. Perfekt auch für das neue Sahin-System. Gerade besonders die Einbindung der offensiv ausgerichteten Außenbahnspieler in der 5er-Kette. Da wird er der perfekte Mann sein, der die in Szene setzt. Und er wird auch Emre Can ein bisschen entlasten im Aufbauspiel im Mittelfeld. Der wird sich dann auf seine Defensivarbeit konzentrieren. Und gerade auch macht der Sabitzer, schiebt ihnen auch nochmal eine Stufe, eine Position nach vorne. Also macht hier auch ganz viel für die anderen Mitspieler im System möglich. Und damit nicht genug. Hier kommen nämlich auch noch zwei Young Kings. Wir haben Maximilian Bayer. Er ist Sahins Wunschspieler, Nummer 1 gewesen. 21, starke Vorsaison. Er bringt das EM-Debüt mit. Er ist der perfekte Pressing-Spieler, habe ich geschrieben. Und gibt auch die Option zu einer zweiten Spitze. Also das macht das BVB-Spiel auch sehr variabel. Und gerade jetzt auch, wenn Gerasi vielleicht noch nicht startet, könnte er auch vorne in die Sturmspitze drängen. Er ist ein absolutes Konter-Monster. Er hat die meisten Konter-Tore mit Harry Kane in der letzten Saison gehabt. Und auch er bekommt hier von mir den Big-Team-Push. Also er war immer der Leistungsträger in seinem Verein. Und er kommt jetzt zu einem Top-Klub. Und bessere Spieler werden ihn besser machen. Das ist hier mein Take. Dann haben wir Jan Kuto, 22. Auch ihn quittiert mal Riccardo als absoluten Top-Transfer. Er hat beim Überraschungs-Dritten aus Girona richtig geglänzt. War da rechter Verteidiger. Kann auch rechts außen spielen. Also der perfekte Schienenmann hier für den BVB. Und die will Shahi nämlich auch jetzt neu spielen lassen. Also auch da wieder Spieler fürs System. Perfekt. Er ist für mich der Assist-King. Letzte Saison 10 Assists geliefert. Also riesen Offensiv-Upgrade hier über außen. Er ist ein Balltreiber mit Dribbelkrone. Der verfügt ja über super Werte. Da habe ich die Progressive Carries im Blick. Successful Take-Ons. Die Touches in der Box. Und auch gefährliche Zone. Und gerade auch so progressive Pässe. Die sind einfach assrein bei ihm. Er kann wirklich beim BVB den nächsten Schritt gehen. Vielleicht auch in die Kabine. Er ist ein Brasillero. Und hat glaube ich auch diesen Samba-Vibe. Deswegen auch vielleicht ein guter Mann für die Stimmung. Finde ich auch immer ganz wichtig. Dann haben wir die Abgänge. Niklas Füllkuck. Top-Transfer für beide Seiten. Niklas bekommt nochmal hier die Chance auf Premier League Luft im Herbst seiner Karriere. Das ist richtig cool. Ian Marzen am Ende zu teuer. Genauso wie Sancho. Sie gehen. Ian Marzen lockt es zu Aston Villa. Die haben das meiste Geld hier rausgerückt. Und Sancho geht zurück zu Manchester. Ja, ebenfalls sehr teuer. Tom Rote haben sie nochmal cool gemacht. Guter Deal hier. Der kann sich nochmal entwickeln bei Union Berlin. Und auch hier hat man sich die Rückkaufoption erhalten. Also hier auf jeden Fall den Mann im Auge behalten. Marco Reus und auf jeden Fall auch Mats Hummels. Hier sind zwei Legenden gegangen. Marius Wolf geht zur Eintracht. Und ja, also die Abgänge entlasten generell das Personaletat. Und schaffen Platz für den notwendigen Kaderumbruch. Ich finde, wir haben hier richtig geile Transfers. Und ich bin auch mega heiß auf die ersten Dortmunder Games. Talentschuppen mache ich auch noch auf. Hab mir noch Nuri Schein vorhin den Schlüssel gegeben. Nuri, besten Gruß raus an dich. Wir haben Kiel Wietjen. Der ist 18. Hatte bereits letzte Saison schon die ersten Profi-Einsätze gesammelt. Er ist U19. Sogar teilweise Kapitän gewesen beim BVB. Letzte Saison herausragend. Quittiert mit 10 Toren, 9 Assists. Der bringt offensiv auch alles mit. Hat gute Chancen auf ein paar Einsätze. Als Einwechselspieler. Und ja, ist ein guter Backup. Wird hier viel lernen können. Von den Mittelfeld-Assen hier gerade Pascal Groß genannt, Sabitzer, Emre Can. Die werden den gut ausbilden. Auch Julian Brandt nochmal mit einem kleinen Offensivdrill. Mega spannender Spieler. Hat eine rosige Zukunft vor sich. Julian Duronville. Er ist auch am Start. 18 Talent auf Rechtsaußen. Welches bereits letzte Saison hat er schon den Sprung in den Profi-Kader geschafft. War dann aber immer mal verletzt leider. Das hat ihn so rausgeworfen. Hat in den drei der fünf U19-Spielen der BVB-Mannschaft. Hat er aber vier Assists gesammelt. Also er zeigt auch schon mal so ein bisschen, was er kann. Und auch schon in der DFB-Pokalrunde hat er schon ein Ding geknipst gegen Phoenix Lübeck. Wie der Phoenix aus der Asche. Wenn er fit bleibt, könnte er auf jeden Fall ein richtig guter Mann sein. Auch gerade für die Außenbahn. Finde ich, passt super ins System von Sahin. Auch hier unbedingt im Blick behalten. Also das war ein richtig starkes Transferfenster hier vom BVB. Alle Transfers hier wirklich mit einer Idee und ausgerichtet auf den neuen Fußball. Der wird gespielt unter Nuri Sahin. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Nuri Sahin kommt mit moderner Spielphilosophie. Er will weg von der starren Viererkette. Und er will Variabilität ins Dortmunder Spiel bringen. Mit einer Dreierverteidigung im Ballbesitz. Und dann Viererkette im Defensivverbund. Er ist ein adaptiver Trainer. Das haben wir schon gesehen in Antalya Spor. Also wenn Dinge nicht laufen, dann ist er auch ein Mann, der das zurecht rückt. Wenn wir einmal noch mal kurz in die Viererkette gehen im Defensivverbund, dann wäre zum Beispiel Kuto ein Mann, der zurück rückt. Oder halt auch Emre Can. Das haben wir auch gesehen im Spiel gegen Eston Villa. Da wurde beides auch ausprobiert. Mehr Ballbesitz, Dominanz und Überlagerung. Gerade im Mittelfeld soll die hergestellt werden. Und dann kommen die progressiven Läufe der Außenspieler. Außenposition, die sollen dann als Schiene eingesetzt werden. Geschickt dann von dem Zentrumsking Groß, der da die Strippen zieht. Den haben wir hier im Blick, gerade auch für den Spielaufbau im Mittelfeld. Und dann werden die Jungs hier eingesetzt. Kuto oder Duronville oder Gittens und Benzebaini. Es kann aber auch Ryerson sein. Hier ist man sehr variabel. Und die sollten dann in die hohen Stellungen gebracht werden. Gerade dann auch fürs Flankenspiel, was wir ja auch schon negativ angebracht hatten im Rückblick. Und wir haben die neue Option mit Doppelspitze. Hier gerade Bayer und Gerasi auch zu nennen. Denn Nuri will sich da aber auch nicht in die Karten gucken lassen, schrieb uns Pöti. Von daher ja ganz spannend da in den Interviews. Je nach Gegner wird man sich hier taktisch ausrichten. Und wir gucken auch noch mal einen kurzen Testspielcheck. Den gibt es auch noch von mir. Gewinner ist für mich Emre Can. Er profitiert definitiv vom Großtransfer. Kann sich mehr auf seine Defensivarbeit fokussieren. Ist weiterhin auch der Kapitän. Wird da auch wieder zu Einsatzzeiten kommen. Und hat weiterhin die Verantwortung auch vom Punkt. Haben wir auch schon gesehen gegen Aston Villa in der Generalprobe. Und auch im DFB-Pokalsieg. Da war beide Male erfolgreich. Und er ist auch ein wichtiger Mann als IV-Aushilfe. Da haben wir nämlich etatmäßig aktuell nur drei IVs. Und wir gehen auch noch davon aus, dass Koulibaly den Verein noch verlässt. Für Benzebaini und Duronville ergeben sich durch die Systemumstellung ebenfalls gute Chancen auf mehr Spielzeit. Auch sie habe ich mal als Gewinner im Blick. Und Verlierer ist für mich klarer Mann hier. Das ist Mahlen. Er kommt gerade nicht über die Einwechselpositionen hinaus. Gerade auch mit Bayer hat er einen starken Konkurrenten bekommen an die Seite. Und er ist noch ein attraktiver Wechselkandidat. Da gehen wir auch noch von aus Premier League, La Liga, Serie A. Die Topklubs sind hier auf jeden Fall dran, den noch in deren Squads zu bekommen. Außer im Interview von Sebastian Kehl haben wir auf jeden Fall schon rausgehört, dass in die Offensivvorbereitung bisher weniger Arbeit gesteckt wurde. Das hängt auch damit zusammen, dass Gerasi natürlich auch noch nicht komplett beim Team ist. Der ist da noch nicht bei seinen 100 Prozent. Und auch Maxi Bayer ist jetzt ganz frisch erst beim Team. Deswegen müssen hier noch die Mechanismen einstudiert werden. Wo der BVB aber hin will, das ist wieder dieser dominante Ballbesitzfußball, dass man frühes Pressing an den Tag legt und dann blitzschnell beschleunigt und nach vorne geht. und ganz viele Abschlüsse sucht. Und ich suche jetzt die Top-Elf. Wo ist sie? Gib sie mir. Teil 4, Top-Elf. Okay, let's go. Okay, let's go. Top-Elf haben wir 3-5-2. Das würde ich jetzt euch einmal zeigen hier. Und VA haben wir aktuell das 3-4-3. Ja, das ist dann immer variabel ausgerichtet, je nach Gegner. 3-5-2 gehen wir mal rein. Das ist hier Kobel im Tor, 100 Prozent. Dann haben wir Anton, aktuell rechter IV, 100 Prozent. Sühle in der Mitte, 90 Prozent. Schlotterbeck, L.I.V. auch 100 Prozent. Benzebaini ist auf jeden Fall hier eine Position in der I.V. Die könnte er begleiten. Wir würden dann davon ausgehen, dass Sühle rausrückt. Und dann könnte Schlotterbeck oder Anton in die Mitte. Und dann als L.I.V. haben wir da auf jeden Fall den Benzebaini im Blick. Dann haben wir für die Schiene oder genau, oder für die rechte Mittelfeldposition dann, hätten wir Kuto am Start, 80 Prozent. Ryerson macht da Druck mit 50 Prozent. Wir haben hier auf der anderen Seite haben wir Gittens links, 60 Prozent. Auch hier Ryerson, der Backup, der da schon zur Verfügung steht. Dann in der Mitte haben wir Sabitzer und Großgesetz. Sabitzer 100 Prozent, Groß 90 Prozent. Ja, hier sind dann auch Can zu nennen. Auf jeden Fall Dürer und Wiel ist zu nennen. Auch nochmal für die rechte Seite. Und auch ein Adeyemi könnte auch über eine Außenposition reinkommen. Und wenn wir hier jetzt mit Can gehen, zum Beispiel jetzt in der VA, da sehen wir ihn gerade auch rechts in der VA, dann müssen wir ihn auf jeden Fall nennen. Can ist dann genau im rechten Zentralmittelfeld, könnte aber auch dann Einsätze bekommen über die IV-Position. Auch hier könnte er dann sich mal defensiv fallen lassen während des Spiels. Und ja, das ist halt immer darauf abgezielt, wie man spielen möchte. Will man in 3-5-2 ein bisschen offensiver spielen, dann wäre Can wohl draußen. Und wenn man dann zurückgreift auf ein bisschen, ja, eine defensivere Variante, zum Beispiel dann mit nur einem Stoßstürmer und dann zwei hängenden Spitzen, dann wäre Can zum Beispiel einer für den Sechser-Bereich. Und da sehen wir ihn dann auf jeden Fall auch in Play. Brand ist gesetzt mit 100 Prozent. Bayer und Gerasi sehen wir auch vorne. Also Bayer 90 Prozent, Gerasi ist 100 Prozent. Hier ist Adeyemi auf jeden Fall der Backup, zum Beispiel auch für Maxi Bayer. Und wenn mit Can zum Beispiel dann nochmal gespielt wird, da würden wir das dann auch so sehen, dass Bayer dann eine Position zurückrückt auf die linke Schiene als Beispiel und dann würde Gittens rausrücken. Das wäre so eine Möglichkeit. Metscher ist auch noch eine heiße Personal, die will ich ja auch noch anbringen. Den hat man ja auch für 30 Millionen geholt. Auch er ist aber aktuell hinten dran. Er wäre auch nochmal ein Mann für das zentrale Mittelfeld, könnte aber auch eine offensive Halbposition bekleiden, wenn er da gebraucht wird. Ja, er ist auf jeden Fall auch ganz stark. Malen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aktuell ist aber auch ein bisschen hinten dran. Könnte, wie gesagt, auch noch den Verein verlassen. Wir haben ihn aber auch immer noch im Blick. Genauso wie Alea. Ja, die sind halt auch wichtig. Die könnten vorne nochmal Backup sein. Ich ziehe euch hier nochmal Malen rein. Für beispielsweise auch Bayer könnte er zum Beispiel kommen. Alea wäre der Backup für Gerasi. Ja, so könnten sie es machen. Jetzt gerade zum Start gehen wir aber davon aus, dass vorne Sabitzer rechte Halbposition spielt. Dann hast du linke Halbposition Brandt. Und ganz vorne, je nachdem, Adiemi hat super gespielt gegen Aston Villa, hat er auch vorbereitet. Wir könnten uns aber vorstellen, dass er schon Bayer von der Kette lässt als Stoßstürmer. Und damit stoße ich mal weiter in Ecken und Freischussflanken. Da haben wir Brandt und Groß auf jeden Fall im Blick. Brandt, Chefsache und Groß hat das bei Brighton auch immer sehr erfolgreich gemacht. Direkte Freischüsse, da sind Brandt und Sabitzer zu nennen. Und vom Punkt Emre Can, wenn er auf dem Feld ist, nimmt er sich den. Ansonsten ist Serhu Gerasi der Mann, der die gelbe Wand da aufjubeln lässt. Ich lasse euch mal aufjubeln mit dem Auftaktprogramm. Teil 5 Auftaktprogramm So, dann gehen wir rein. Gib mir mal Frankfurt. Die stehen da schon, sehr schön. Da kann ich mir sogar einen hohen Sieg vorstellen. Überrascht vielleicht den einen oder anderen. Bremen auswärts, rasieren sie weg. Dann haben wir zu Hause gegen Heidenheim, gibt es Spektakel. 9 Punkte Stuttgart auswärts, werden unentschieden. Alles gut, da sind wir bei 10 Punkten und Bochum. Nochmal ein schickes Torfestival. Da kann ich mir alles vorstellen. Ich sag 6-0. Da besorgst du dir einen richtig heißen, geilen Start. Und wir gehen mal rein in die Prognose. Teil 6. Fazit und Prognose. Mein erster Mutmacher, das ist so diese Positivität. Die positive Art von Nuri. Die steckt jetzt schon die Spiele an. Die steckt die Fans an. Das ist hier mein größter Mutmacher. Man merkt schon so, die ganze Dortmunder gelbe Wand ist schon euphorisiert. Und die können eigentlich schon gar nicht warten, dass es losgeht. Ja, dann haben wir euphorisiert. Da sind sie natürlich auch durch den heißen Transfersommer. Ich finde, hier hat man ein richtiges Transfergeschick bewiesen. Richtig, richtig coole Transfers getätigt. Auch mit einer klaren Idee, die auch einfach zum System passt. Das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Man hat hier auch auf die BVB-DNA gesetzt. Das ist einfach so eine coole Nuance, die einfach mitschwingt. Und die ich hier auch sehr, sehr feiere. Ja, dann habe ich natürlich noch die Offensiv-Power. Ja, da ist man total krass aufgestellt. Wird noch spannend zu sehen sein, wer den Verein verlässt. Wir gehen mal davon aus, dass Mal noch den Verein verlässt. Aber auch selbst ein Adeyemi, den du noch von der Bank bringen kannst. Das ist auch immer so ein Feuerspieler. Generell bist du sehr variabel da im Offensivsystem. Ich finde mit Bayer, Gerasi, da hast du echt ganz viel Spektakel eingekauft. Und das wird richtig heiß. Auch ein Sabitzer, ein Brand, die können auch offensiv richtig geil werbeln. Das wird richtig, richtig, das wird nice. Das wird richtig nice. Wir kommen zu den negativen Punkten. Neues System fordert Geduld. Das möchte Nuri Sahin nämlich auch haben. Gerade die neuen Spieler, die jetzt später zukommen, die brauchen Geduld. Da müssen die Mechanismen erst einstudiert werden. Das hat man aber auch so offen kommuniziert. Dann haben wir die Anfälligkeit bei Standards. Da war man letzte Saison schon gar nicht so gut unterwegs. Und das hatte Pöti uns jetzt auch noch mal in den Testspielen quittiert. Dass da die ein oder andere Standardschwäche wieder erkannt wurde. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Besser werden. Das haben wir auch schon bei RB Leipzig. Haben wir das auch schon genannt. Und das ist hier auch ganz wichtig. Gerade wenn du so diese 1-2% noch rauskitzeln kannst. Das muss Nuri Sahin einfach machen. Und dann kann der BVB einfach ganz woanders landen. Wie ich sehe, sehr weit oben die Saison. Und damit gehe ich mal rein ins Club-Rating. Wir haben die Top-11. Da habe ich 5 Sterne. Wir haben den Trainer. Ich gebe 4,5 Sterne. Er ist die große erste Nummer für ihn hier. Große erste Anstellung. Er hat schon Impact bewiesen als Co-Trainer. Und er nimmt wieder Feuer. Er nimmt den Ballbesitz-Fußball wieder zurück ins Visier. Es wird ein cooles Pressing kommen. Es werden schnelle Umschaltmomente sein. Du hast die super Pressing-Spiele. Auch gerade mit Bayer. Er ist ein ganz smarter Typ mit Spiel-Idee. Und mit den richtigen Spielern. Ich gebe 4,5 Sterne hier. Kader ist top. Vielleicht noch den ein oder anderen IV. Der wäre hier noch wichtig. Aber auch, dass du hier Can hast, kannst du auch in die IV schmeißen. Hast du hier trotzdem gute Jungs dabei. 4,5 Sterne gebe ich. Verein gebe ich 5 Sterne. Umstrukturierung top. Transfersommer top. Und die gelbe Wand brennt. Einfach alles top. Und deswegen lautet meine Endtabellenprognose. Nuri, enttäusch mich nicht. Platz 2. Mein Gamechanger. Das bist du, Jule Brandt. Jule, das ist dein Jahr. Du kommst mit Scoring. 7 Tore, 12 Assists. Du hast richtig Schwung. Du hast die Standardstärke. Du wirst den ein oder anderen sexy Freistoß in die Box jagen. Und dann musst Serhu nur noch lachen und den einen nicken. Du bist die Identifikationsfigur. Du bist seit 2019 beim Team. Du hast schon so diese heimliche Chefrolle inne. Lebe die aus. Mach Dortmund 1-2% besser. Und dann geht es zurück an die Spitze. Black and Yellow. Zurück zu alter Stärke. Das ist hier meine Prognose. Ich sage Platz 2. Was sagt ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wir haben heiße Insider-Pics. Wie gehabt? Findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann bin ich raus. Wir hatten gestern die Bayern. Checkt mal die Analyse. Auch richtig heiß gewesen. Mit einem neuen Trainer auch dabei. Und dann RB Leipzig. Pack ich euch auch noch mal rein. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich bin raus. Wünsche euch einen schicken Tag. Und morgen für alle Stuttgart-Fans, die hier... Da haben wir schon die Kommentare gesichtet. Ihr könnt es gar nicht mehr warten. Wir sind da. Stuttgart morgen am Start. Ich bin raus. Checkt. Was bedeutet für dich, Dortmund? Schwarz-gelbe Träume voller Leben? Oder einfach nur ein Spiel?